Am Bahnhof habe ich was echt Schräges erlebt. Eine Frau hat sich umgebracht. Sie sah haargenau so aus wie ich. Oh, du beklaust eine Leiche. Nein, sie hat ihre Tasche auf den Bahnsteig abgestellt. Oh, das ist echt krass. Find raus, wer sie ist und schnapp dir den restlichen Scheiß. Wer ist Elizabeth Childs? Sie sieht genauso aus wie ich und hat ein ziemlich nettes Leben. Wie? Sie hat 75.000 Dollar auf einem Sparkonto. Ich habe eine Idee. Hi, Beth Childs. Möchten Sie auch an Ihr Bankschließfach? Und was haben wir hier, Geburtsurkunden? Alle sind höchstens einen Monat vor dir geboren. Beth, ich bin's, Katja. Ich habe deine Geburtsurkunde. Ja, du wolltest Beweise. Beth war sicher auch an dieser Zwilling-Sache dran. Und was sie rausgefunden hat, hat sie so irre gemacht, dass sie sterben wollte. Gehen Sie den Aktenkoffer holen, bevor die das tun. Frankreich, Österreich, Italien. Du hast überhaupt keine Ahnung, hm? Felix? Beth ist ein Cop. Ich bin ein Cop. Ganz ehrlich, es geht um Leben oder Tod. Im tiefsten Inneren hoffen wir, dass wir was Besonderes sind. Ja? Das Letzte, was ich bin, ist was Besonderes. Hey, du willst antworten? Wie viele von uns sind da? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin.